ja leute was geht willkommen zu diesem react video freunde denn wissen ja vor kurzem hat ja ein paar lauten die vier millionen abonnenten geknackt und das ist das vier millionen abonnenten special zeitreise und darauf reagieren wir heute ja ich würde sagen los geht's es war mit abstand mit abstand die beste entscheidung meines lebens ja moin leute schön dass hier wo jetzt muss ich mich mal erst mal ein bisschen an die steuerung moin leute herzlich willkommen bei meinem ersten let's play happy wheels mein name ist paluten wo leute herzlich willkommen zu meinem ersten let's play minecraft leute ja nur zur info vorweg dieses video habe ich nicht mit dem toaster oder moin leute herzlich willkommen zu meinem ersten fifa projekt und da ging es los da stiegen die zahlen der krasse pro look von meinem neuen let's play gta 5 ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem hexit projekt george moin leute herzlich willkommen zu dem interaktiven fakten auf jeden fall ist es endlich da das das war noch eine zeit paluten wo war rott zwei damals gewonnen hat und das war auch sogar noch war eins das war noch zeit in kvaro das der hammer zur ersten folge von minecraft galaxy einem kleinen neuen projekt kommt zum start der badwars woche das bedeutet jeden tag eine andere map mit einem die badwars woche das war noch der da das war noch zwei zeiten etwas woche dass das war krass anderen youtuber von baro 2 das ist die lula sind paluten ich hallo wo scheiss zwar gerade die facebook wer mag die karotte einen kleinen block denn die schmackhafte kamera sie ist endlich da das ist ein bisschen peinlich hier einfach zu stehen und ich weiß gar nicht wie simon das immer machen moin leute herzen willkommen zu einem weiteren tag der badwars woche lange wurde er gefordert jetzt ist der entlifter hallo 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 du bist erst mal auf meinsthoffs leben und wir gehen wir einfach mal zum sauber bahn ok ihr auf jeden fall oh ja minecraft leben das waren auch noch zeiten Nach trotzdem Zwei und hast du dich zur zweiten Folge? Oh, Dinger. Hallo, Baro und Ben. Hi. Willkommen in der heutigen Sonntagsfolge von Minecraft Mark. Und ich stehe jetzt lange mit Rewe hier oben. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Baro 3. Team Chaosweg ist am Schlüssel. Moin, Leute. Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Minecraft Freedom. Hallo, Zombies. Oh, ja, Minecraft Freedom, das war ein hamer Projekt. Ja, meine Damen und Herren. Die erste Folge von Minecraft Sky. Bist du bereit? Nein. Ich auch nicht gestartet. Was? Jetzt wurde schon gestartet. Ja, aber du musst dich doch werfen. Ich sehe dich nicht. Alter, what the fuck, ich bin fast tot. Ich bin, ich sehe dich. Was? Ah, geil. Diese Reise begann bei null Abonnenten und vier Jahre später haben wir es irgendwie geschafft, zwei Millionen Abonnenten zu knacken. Krass. Moin, Leute. Am heutigen Tag drücken wir die Rolle eines Busfahrers. Willkommen zur ersten Folge von Minecraft Miro. Hallo. Hä? Freude. Was ist so gut? Vielen, vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Reise in die Welt von Minecraft Freedom begleitet habt. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go Video. Leute, wir müssen los. Es gibt interessante Neuigkeiten. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich will jetzt ins UFO gehen. Hallo, Freunde. Boah, die Seiten im UFO, das sind, das war geil. Wirklich, das ist der Ha... Ey, das ist der Ha... Das ist geil, so geil gemacht. Hey, und willkommen zu einem neuen Projekt mit der Palette. Und zwar die Sims 4 mit iNet Ons. Ja. Das war ein geiles Projekt. Sims 4 mit GLP und Paluten. Boah. Moin, Leute. Herzlich willkommen zum zweiten Part von The Forest. Hey, und willkommen zu einem neuen Minikop-Projekt zusammen mit der Palette. Hallo. Hallo, Winnie. Oh, ist das eine Flasche? No Flasche? Oh, gut. Flasche 2? Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Zusammen mit German Let's... Raft. Raft ist geil. Raft ist geil. Hoffentlich ein Erfolgreicher Goldschirfer. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Peter. Ah, du hast mich verrascht. Jetzt ist die Facecam-Toto. Oh, Digga. Ja! Da waren die drei Millionen voll. Boah, ey, das... Wirklich. 10.33 Uhr, meine Damen und Herren. Paluten hat so richtig verdient. Die vier Millionen, wirklich, das... Moin, Lotte. Am heutigen Tag werden wir Angela Merkel zeigen, wo der Frosch in die Langenheit, und zwar bei Power & Revolution. Moin, Lotte. Am heutigen Tag starten wir eine neue Karriere, und zwar als Deep. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar ARK. Ja, Freunde, wenn ihr... die Folgen auf meinem Kanal nach Xenot Arc mit mir und Domi, dann schaut's an. What's jetzt? Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftsimulator. Ja, das waren auch noch geile Zeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Secret-Name-A-B... Und damit Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Human Fall Flat. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Freedom Squad Spiele... Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Jalupi. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von The Coin Game. Das wir im Weg am heutigen Tag im Gucci-Store aufmachen. Zack, Alter, bei King of Greentail. Bin ich? Ich schon. Ich schon. Jalupi. Nein. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Farrak-Simulator. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Raft. Zusammen mit Jalupi. Stimmt, die haben so viel gemacht von Raft. Das war... Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gucci-Simulator. Und zwar könnte man weinen. Denn, meine Damen und Herren, unser Gucci-Laden wird am heutigen Tag umgebaut. Und zwar zu einem Lebensmittelladen. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zur 20. Folge von Plötzlich Schwanger mit mir. Wie immer im Stuhl. Tim Bergmann. Ja, hallo. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Und zwar Minecraft Dungeon. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Lego-Polizei-Simulator. Beziehungsweise Lego City Under... Freunde, dann zeige ich euch jetzt schon. Dieses Projekt wird kommen Lego City Undercover. Aber ich sage euch noch nicht mit wem. Und vielleicht sogar alleine. Aber das wird, glaube ich, nicht der Fall sein. Aber das wird geil. Woin, Lotte! Im Jahre 2018 erschien mein erstes Spiel. Stimmt, der hat ja Minecraft-Bücher... ...ein Jahr später, 2019, erschien der erste Comic, Der Golem-König. Oh, Alter. Und bereits wieder ein Jahr später, da befinden wir uns im Jahre 2020, kam Schlamassel im Weltall. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Fall Guys. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Among Us. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einer Runde von Neighbors Back From Hell. Dieses Spiel ist eine Art Prank-Simulator. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zur vierten Staffel von Raft. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Club 2. Krass. Zusammen mit Job. Let's play. Hallo. Willkommen zu Minecraft. ... Waren wieder mitkommen zu. Ja. WTF? Alter. Das sind die vier Minuten. Ah, Digg. Ey, das war... Ich denke, es ist gerade ein echt guter Zeitpunkt, um einfach mal Danke zu sagen. Leute, danke, 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 dass ihr euch meine Videos anguckt, dass ihr mich unterstützt. 8,5 Jahre YouTube, 4 Millionen Abonnenten, 2 Milliarden Aufrufe, was? Über 800 Videos, 90.060 Likes pro Video, 259 Dislikes pro Video, 1308 Kommentare pro Video, außerdem, 700.000 Follower auf Twitch, 419.000 auf Team Falloot, du schnitzwerte letzten 60 Tage. Das ist krass. Und dann noch was, so das ist zu Ende, das ist zu Ende. Freunde, ich muss sagen, das war der Hammer, das war einfach krass. ich valuten das wirklich verdient 4 millionen die sind verdient und ich bin sprach hat dies wieder ist sogar gemacht das war sogar mit der musik die emotionen kommen dass der eigentlich der hammer freunde ja wenn es euch gefallen hat genau nach oben da schreibt mir die kommentare aus fast als nächstes reaktion so und sonst bis zum nächsten mal haut rein ciao